Die Umfragewerte der AfD sind wie eine Dezibel-Anzeige. Je höher die Zahlen, immerhin aktuell 22%, umso lauter wird das Geschrei der anderen Parteien. Und wissen Sie, was das Abstoßende dabei ist? Anstatt die Fehler bei sich zu suchen, weil die AfD immerhin nie regiert hat und somit für die heutigen Krisen gar nicht verantwortlich sein kann, beschimpft man immer lauter die Partei als Nazis und somit auch indirekt die Wähler, was bei diesen Umfragewerten immerhin jeder fünfte Deutsche wäre. Und eines muss hier mal klargestellt werden. Wer mal in Auschwitz oder in Buchenau war oder die Möglichkeit hatte, mit Holocaust-Überlebenden zu sprechen, weiß ganz genau, dass das Wort Nazi die schlimmste und ekelhafteste Beschimpfung ist, die man in Deutschland aufgrund der Vergangenheit wählen kann. Und bei dem heutigen inflationären Gebrauch, bei jedem, der nicht mit dem linken Fuß zuerst aus dem Bett steigt, in Wirklichkeit eine Verharmlosung der Gräueltaten dieser dunklen Zeit ist. Aber das ist anscheinend die neue Unart in der deutschen Politik. Aufgrund des eigenen Versagens die wegschwimmenden Wähler und Bürger noch zu beschimpfen. Haben Sie, sehr geehrte etablierte Parteien, sich mal gefragt, was diese Bürger eigentlich antreibt, sie nicht mehr zu wählen? Gehen wir es doch mal durch. Der Grenzschutz und die innere Sicherheit wurden aufgegeben, der Ausstieg aus der klimaneutralen und kostengünstigen Kernenergie aus purer Ideologie und Angst vollzogen, durch eine grüne Verbotspolitik wurden ganze Industriezweige zerstört mit einer darauffolgenden Deindustrialisierung und Arbeitslosigkeit, die Inflation zum Wohle der EU geduldet, mit angeheizt und somit den Sparern und Rentnern ihren Wohlstand für das Alter genommen und gleichzeitig der Jugend jede Chance genommen, überhaupt Wohlstand aufzubauen. Und die wenigen Menschen, die trotz aller Strapazen es geschafft haben, Wohlstand aufzubauen und ein Haus zu besitzen, sollen mit einem Heizungsgesetz noch mal finanziell belastet werden. Und wer die Kosten aufgrund der hohen Standards nicht stemmen kann, ist noch gezwungen, es unter Wert zu verkaufen, was bei der Gesetzeslage einer staatlichen Zwangseneignung gleichkommt. Jeder, der das angesprochen hat, jeder, der diese Entwicklung kritisiert hat, wurde auf das Übelste beschimpft, denunziert und ausgegrenzt. Und dann wundern sich die etablierten Parteien, dass die Bürger sich von ihnen abwenden. Ihnen wurde doch für die Zukunft jede Form der Hoffnung genommen und somit der gesellschaftliche Zusammenhalt aufs Spiel gesetzt, weil die Politik in jedem Bereich unter der CDU vom Leichtsinn zum Unsinn und nun unter der Ampel zum Schwachsinn mutiert ist. Die Menschen und vor allem die heutige Jugend haben doch nicht einen Funken Gewissheit und auch nicht ansatzweise das Gefühl, dass es ihren Kindern mal besser gehen wird als ihnen selbst. Diese Mut und Hoffnungslosigkeit existiert parteiübergreifend in jeder Generation und in jedem Teil der Gesellschaft. Und diese Kritik geht an Sie, sehr geehrte etablierte Parteien. Der allgemeine Vertrag zwischen Staat und Bürger, dass der Staat für gleiches Recht für alle und Sicherheit sorgt, die Bürger in Sicherheit darin leben, heiraten, eine Familie gründen, den Wohlstand für sich als auch die Gesellschaft erarbeiten, für sich ein Haus mit Garten noch nebenbei finanzieren und dafür ihr Vertrauen alle vier Jahre der Politik geben. Gilt doch nicht mehr. Ihr habt diesen Gesellschaftsvertrag aufgekündigt und die Quittung kriegt ihr jetzt nach und nach in der Presse, in den Wahlumfragen zu den Landtagswahlen kommenden Herbst, sowie nächstes Jahr an der Urne in Thüringen. Und bei all den genannten Punkten war und ist die CDU nicht unbeteiligt. Und ich als CDU-Mitglied nehme mir heraus, die CDU zu kritisieren, weil es meine verdammte Pflicht als Bürger dieses Landes ist. Und ich stelle jetzt folgende Frage an Sie. Warum sollte man die CDU noch wählen? Welche Werte vertritt die CDU denn noch? Die CDU ist in ihrem jetzigen Zustand und durch den Linksruck der Merkelianer doch wertelos. Etwa christliche Werte. Das C im Namen wurde letztens noch in Frage gestellt. Da gibt es keine Werte wie Zusammenhalt, Respekt, Verständnis und Achtung füreinander. Und sogar tragende Werte wie die Familie, die Ehe und die innere Sicherheit werden für den eigenen Machterhalten mit den Grünen noch in Frage gestellt. Demokratische Werte. Wanderwitz will die AfD verbieten und somit 22% der Wähler ihre Stimme gleich mit verbieten. Innere Sicherheit. Wüst setzt Abschiebungen in NRW aus. Standhaftigkeit. Söder weiß geschickt zu wissen, wie er sein Fähnchen in den Wind zu hängen hat und ist mal gegen und im nächsten Moment für die Kernenergie. Alle genannten Personen ein, dass sie nichts, gar nichts dazugelernt und keinen langfristigen Blick für die Zukunft Deutschlands haben, sondern für den eigenen Macht halt nur bis zur nächsten Wahl denken. Genauso wie sie es von ihrer Sonnenkönigin auch gelernt haben, als sie den Ausstieg aus der Kernenergie 2011 beschloss, um vergeblich die Wahlen in Baden-Württemberg für die CDU zu gewinnen und gleichzeitig innerparteiliche Konkurrenten loszuwerden. Wer schwarz wählt, bekommt grün. Das sieht man auch wieder beim verkorksten Heizungsgesetz. Nach der gleichen Affäre und der Empörung in der Bevölkerung ist die Ampelregierung mit dem Heizungsgesetz zwar zurückgerudert, verkauft sich als einsichtig und die Union konnte sich noch als Retter der Nation aufspielen. Die Ampel hat das Heizungsgesetz aber nur abgeschwächt, weil sie wusste, dass seitens der EU noch härtere Bestimmungen geplant sind. Und wer führt die aktuelle EU-Kommission? Richtig, unsere korrupte Orsel von der CDU. Die Bürger sehen doch die innere Zerrissenheit der CDU mit Herrn Merz und Herrn Linnemann auf der einen und den Merkelianern auf der anderen Seite. Das beste Beispiel dafür sind doch die Konferenzen für das Grundsatzprogramm. Hier ist man so übervorsichtig unterwegs und hat Angst, die Gegner in den eigenen Reihen zu kritisieren, dass man mit leeren Worthülsen um sich wirft, wie wir müssen Politik für die Menschen machen, wir müssen unser Profil schärfen, wir müssen klar in der Sache sein, ohne aber auch nur einen einzigen konkreten Punkt zu nennen. Der Wähler will aber kein weichgespültes Wohlfühlprogramm. Der Wähler will die knallharte Wahrheit und die dazugehörige Lösung hören. Und das scheinen nun Herrn Merz und Herrn Linnemann verstanden zu haben und genießen deshalb von der Basis als auch von mir die volle Unterstützung. Auch wenn Herr Merz manchmal wirkt wie ein Hund, der gerne mal ausbüxt, um gleich wieder von den berufsempörten Merkelianern, den Linken und den Medien zurückgerufen zu werden. Ich kann verdammt nochmal nichts Negatives entdecken an der Aussage von Herrn Merz zu den Wahlerfolgen der AfD. Was ist daran bitte verwerflich, ein Wahlergebnis zu akzeptieren und mit diesem Ergebnis in den Kommunalparlamenten nach Wegen zu suchen, wie man gemeinsam die Stadt, das Land und den Landkreis gestaltet. Was ist daran verdammt nochmal falsch? Demokratie heißt miteinander zu diskutieren, die Argumente auszutauschen und danach um die beste Lösung für das Land zu streiten. Demokratie heißt auch Toleranz und Respekt nicht nur sich selbst, sondern auch dem Gegner zu zollen und dass man sich gegenseitig achtet. Denn was der ganze Kindergartenverein immer wieder vergisst, dass das Parteiensystem gleichzeitig ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, sprechen die Parteien nicht miteinander, sprechen auch Teile der Gesellschaft nicht miteinander. Wer von den Merkelianern auch immer dieses Selbstverständnis unserer Demokratie nicht besitzt, nicht begreift und auch noch absichtlich mit Füßen tritt, der ist kein Demokrat und ist mit seinen totalitären Ansichten ungeeignet und unwürdig, je Verantwortung in der Bundesrepublik Deutschland zu übernehmen. Selbst die Grünen auf kommunaler Ebene scheinen diese Selbstverständlichkeit begriffen zu haben. Herr Merz muss sich entscheiden. Wer es jedem Recht macht, macht es niemandem Recht. Und wer für alles offen ist, der ist nicht ganz dicht. Nur Nullen haben keine Ecken und Kanten. Denn jeder gewonnene Grüne heißt drei verlorene Liberalkonservative. Und macht Herr Merz eine konservative Aussage, ist der eine gewonnene Grüne auch gleich wieder weg. Ein weiter so kann und wird es nicht geben. Und sollte die CDU sich nicht bald wieder zusammenreißen und konservative Politik machen, wird sie in der Bedeutungslosigkeit verschwinden und als Bettvorleger für linke Parteien verenden. In Thüringen ist das bereits der Fall. Hier verkauft man sich stolz als Opposition der Mitbestimmung und macht schon Vorschläge, mit der Linken einer Einheitsfront zu bilden. Damit die CDU aber wieder Erfolg hat, ist eines Voraussetzung. Die Menschen erwarten eine Entschuldigung für die Fehler der Vergangenheit. Sei es die Flüchtlingskrise, die Energiekrise, die Eurokrise oder die Corona-Krise. Eher wird kein einziger Wähler zurückgewonnen. Bei diesen Krisen geht es auch nicht um eine kleine Meinungsverschiedenheit. Nein, ihr als neue Partei der Mitte, nach eurem Linksruck unter Merkel, habt genauso bei jeder Krise die Bürger als Rechts- und Nazi verungklimpft und in das gesamte politische Spektrum einen Keil hineingetrieben, obwohl diese Bürger einfache ehemalige Positionen der CDU vertreten haben. Und um es mal in christliche Worte zu packen, damit die Führung der CDU es auch mal begreift und hoffentlich die anderen Parteien gleich mit, Wer das Schwert-Nazi schwingt, wird durch das Schwert auch umkommen. Das ist aber der kleine feine Unterschied zu den großen Entscheidungen in der Vergangenheit der Bundesrepublik Deutschland. Sei es die Ostpolitik, Wandel durch Annäherung, der NATO-Doppelbeschluss oder das Nein Schröders zum Irakkrieg. Man hat sich nicht moralisch selbst überhöht, nicht die Gegenseite auf das Übelste verunglimpft und somit eine Diskussion unmöglich gemacht und schon gar nicht die Wähler beschimpft. Das scheint aber wie gesagt eine neue Unart in der deutschen Politik zu sein, bei eigenem Versagen die abgewanderten Wähler zu beschimpfen und als Demokratiefeinde zu brandmarken. Dabei heißt Demokratie Leben eben nicht nur alle vier Jahre zur Wahlurne zu rennen und eine Stimme abzugeben, nein. Demokratie heißt auch Parteien mit der Stimmabgabe abzustrafen und abzuwählen. Das ist jedem Bürger Deutschlands ein gutes Recht und für die Zukunft auch seine verdammte Pflicht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!